Seid gegrüßt, Freunde Eine meiner Quellen ist ein wohlwollender Außerirdischer. Sein Name ist Mephysik Vefix Diese Botschaften wurden abgeleitet von persönlichen Treffen, das heißt sie stammen in keinerlei Art und Weise von Channelings. Botschaft Nummer 26 Thema Liebe, Schutzinstinkt und Partnerschaften Mephysik Vefix Liebe steht nicht zur Debatte, sie ergibt sich von allein, verhaltensspezifischen Handlungen, und dem Verständnis eurer innerer Gedanken darüber, was euch umgibt. Sie ist kein Gefühl, sondern ein Entwicklungszustand. Je mehr ihr euer Verständnis vom, und eure Beziehung zum, Universum erweitert, desto mehr werdet ihr alles bewundern und respektieren, was Teil dieser unglaublichen Schöpfung ist. Bedingungslose Liebe ist ein einfacher Geisteszustand, und sollte nicht als ideal betrachtet werden. Bewundern ist Liebe, und Respekt ist Verständnis, daher führt Verständnis zu Liebe. Es ist zwecklos, mit jemandem über Liebe zu philosophieren, der noch nicht das dafür nötige Verständnis erreicht hat, um zu begreifen, worüber der andere wirklich spricht. Viele von euch verstehen eure Beziehung zum Universum umfassender, was dabei helfen wird, euer Energielevel zu erhöhen. Eure Liebe für Wissen, wird dann auch eure Aura aufhellen. Der Zustand innerer Glückseligkeit, ist direkt proportional zu eurem Bewusstseinszustand, welcher von eurem Verständnis der Quantenwelt im universellen Kontext abhängt. Sowohl die Angst vor dem Unbekannten als auch der Mangel an Antworten auf bestimmte Fragen, werden allmählich von echter, und bewusster Liebe ersetzt. Mit Geduld und Entschlossenheit bei der Suche nach dem Licht, und mit dem nötigen Respekt für jeden, der euch umgibt, werdet ihr allmählich dorthin gelangen. Was die Liebe angeht, so habe ich bereits erwähnt, dass die mütterlichen Instinkte nicht nur eine innewohnende Eigenschaft bei Menschen sind, sondern dass sie bei allen Säugetieren vorkommen. Sie ist das natürliche Bestreben, ihre Arten zu erhalten, welches weit über den Schutz ihrer Nachkommen und die Gefährdung des eigenen Lebens hinausgeht. Im Unterschied zu den Tieren, ist der Mensch sich dieser Fähigkeit bewusst, und hat daher bei Gefahren auch den Drang die Kinder anderer Mütter zu retten. In den Gesellschaften unserer Planeten, funktioniert es genauso, mit einem kleinen Unterschied. Es gibt weder ein Besitzgefühl für Dinge, noch ein Schutzbewusstsein für Personen. Unsere Kinder können sich frei für Lebenswege entscheiden, die für sie am besten sind um ihren Charakter zu formen und um ihre eigene Lebensphilosophie selbst zu entdecken. Alle Mitglieder unserer Besatzung, die Kinder haben, können sich darauf verlassen. Sollten wir aufgrund einer unglücklichen Gegebenheit während unserer Missionen nicht auf unseren Planeten zurückkehren können, so wissen alle, dass unsere Kinder von den anderen Bewohnern sicherlich auch Liebe und Fürsorge erhalten werden, denn jedes Kind ist in jedem Zuhause stets willkommen. Auch haben wir keine Angst vor unserem Tod in der dreidimensionalen Welt, da wir wissen, dass unser jetziger physischer Körper, nur eine von vielen Inkarnationen ist. Was das Zusammenleben der menschlichen Rassen betrifft Die Fortpflanzung kommt bei allen menschlichen Kolonien im Universum vor, und ein Leben in Paaren ist praktisch eine Konstante bei allen menschlichen Rassen. Ihr könnt euch dabei selbst entscheiden, zusammenzuleben, euch fortzupflanzen, euch einander anzunehmen, oder euch lediglich Gesellschaft zu leisten. Die Heirat hingegen, ist einzig und allein eine Erfindung eures Planeten. Ende der Botschaft Die Oklahager Die Хотze 厢귿 яжen those die 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 they die Vielen Dank.